oh ja wurde mal wieder zeit na ja was erreckt geht weiter haben sich ja so viele darauf mass effect 3 wir arbeiten uns da überhaupt nicht wirbelnd in richtung von der diplomatie hin nein du darfst nicht du darfst nicht in die sonne joker was machst du und da sind wir jetzt wird es automatisch nice so man die zerlegen doch jetzt die halbe normen die oder ja auch mein wundschchen wieso servus Keine Ahnung, Rex. Ich habe kein Zeit für das. Nur erzähl uns, was du willst. Ich erzähle dir, was ich brauche. Eine Kugel für die Genophage. Die Krogane verdienen nicht. Die Genophage ist nicht negativ. Die Krogane haben für ihre Fehler gekauft. Die Genophage ist lange genug. Allein schon, weil sie so herzallerliebste... Hm... Naja... Hm... So mit den Heilmitteln, mit den Heilmitteln, ne? Hm? 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 Die Krogane sind meine Leute. Sie sind immun zu den Genophage. Und du hast sie zurückgegeben. Dallatrass, ist das wahr? Oh, die Genophage benötigt meine Leute. Du hast auf einer Seite einen Reaper und auf einer Seite einen bösen Kroganer. Das ist dann der Moment, wo der Reaper einen Schwab entzieht und obhaut. Jein. Wenn der... Wenn der... Wenn der... Wenn der Kroganer... Wo der Kroganer und der Reaper sich zusammentun und dann die mit der Legrana festdrücken. Dann ist das fair, aber... Hehehehe... Hehehehe... Hehehe... 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 Das ist Erpressung. Hehehe... 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 Let's go get them. You're not setting foot on Sir Keshe. This will take time. It happens now. As a council spectre Shepard can oversee the exchange. Hehehe... We're going. I hope you get this Commander. A bully has few friends when he needs the most. So über den Tisch springen, dem Typen on kleben und dann wieder über den Tisch obhauen. Das wär's jetzt gewesen, oder? Schlagflucht! Hehehe... Hehehe... Haben wir schon mit Jarvik gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, Hammer. Mit Jarvik und Lyara. Ja, stimmt. Die gestalten sich ja so schön. Da, inzwischen vertragen sie sich. Was? Nein? Woll... Wir nehmen... Warte mal, wir brauchen was Knorkiges. Nehmen wir einen James. Und... Etwas Kerniges. Hab's jetzt. Hehehe... Das wird ne Männerpartie. Hehehe... Ach nein... Wie kommst du da drauf? Pfff... In Ordnung, aber wir sind viel zu gut. Hehehe... Es ist einfach daneben. Ah... Was nehmen wir denn da? Bla bla bla... Oder... Wie hieß noch mal besagte Person, die sich beschwert hat über unsere starken Wachen? Hehehe... Hehehe... Ich weiß nicht worum's da geht. Erhöht Dauer. Pff... Haarkampfschaden... Länger. Äh... Dann... Ja... Wo ist das? Aber da können wir auch noch einmal einen Beteuerungsschuss... Bringt eigentlich auch nix vor wenn mein weh. Was für ne Döne Katzi. Hast du toll gemacht hast du. Danke, danke. Dein mir ist zuviel Ehe. Nein... Achimo! Hör damit! Hehehe... 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 Ich bin überhaupt... Ich hab sogar... Heu... 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 Wie kann man denn an den Angeblick von Kroganern gewöhnt sein? Heu... 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 Was was cool wär... Wenn die sich begrüßen würden mit einem Headbutt. Servus... DUNK... Hehehe... Heu... Heu... Und dann kommt da James... Heu... 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 Belegst du den Salarianern, man ist dir nicht den Anblick von Kroganen gewöhnt. So, dann sollte das jetzt wieder funktionieren. Ey, es funktioniert wieder. Und aussteigen. Und? Ab hier machen wir einen Cut. Oder so. Sicher nicht. Ich glaube, der Rex würde den Zug gern mit der Schrot. Einfach... Du weißt schon. Boah, das geht schon. Kann man so lassen. Wie würden wir. Aber du hast etwas, was wertvolles für Rex. Etwas, was für sterben ist. Diese Sache kann geschlossen werden, aber ich muss versichern, dass du unter Garten bleibst. Ruhig, brauner Dorsten Würfelzucker. Ich hab kalt, Brüder, da kann ich nichts machen. Wenn ich heiße... Du weißt, wie groß der Würfelzucker ist. Ah, ein Woll, ein Meter. So klein? Oh, da norgt der Holterseite dran. Entschlug deinem Happenrundermann. Aber ich schaue mir die ganze Zeit hier einen Nallarianer an. Wie ihr seht, diese Basis hat sensitive Informationen. Und... Ich bin verwundert, dass sie eine Schrittpanzerung haben. Oh. Oh, noch ein Bild. Oh, noch mehr Bilder. Oh. Ach, da ist er. Natürlich. Ich brauche dich für die höheren Leveln. Gib mir ein paar Momente und kenne mich nahe der Elevator. Oh, es... Es geht doch. Jetzt lief die Katzi noch bei mir weiter, ne? So zum Schluss. Da drücken wir jetzt mal drauf. Please, don't touch that. Oh, Mensch. Don't touch this. Schlechte Idee. Okay, lauft doch geradeaus, Mensch. Wenn man schon überlegt, das Spiel mit dem Controller zu spielen, dann ist mir eingefallen, dass das Menü sowas von überhaupt nicht controller-kompatibel ist. Und meine Leertaste hängt. Oh. Das ist schlecht. Ich hab's damals damit gekriegt. Ja, meine lieben Leute, wir haben heute mit leicht technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Scheiße, echt, dass meine Leertaste hängt. Abhacken. Scheiße. Alter. Oh, das ist nicht gut. Jetzt... Ah, jetzt geht's wieder. So. Ähm... Was? Äh... Ähm... Ich kann nur eins sagen, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Ja, und wir sprechen jetzt erst einmal über Würmer. What did you hear about Vermeier? Vermeier? Hm. Wieso? Ja, damals. Warum? Vorbei. Es war damals. Natürlich nicht. Ja, wir können da noch ein bisschen reinschleinen. Immer brav sein, Wude. Immer brav sein. Eben. Ist es? Es scheint mir, das ist das gleiche, was die Turians wollen. Außer der Sache über die Schläge und die Indoktrination und die Galaxie. Ja, er hat da glaube ich einen guten Punkt gehabt, ne? Äh, dezent. Dezent. Ja. Toll, Leutnant. So. Ich sage mal, man könnte noch ein, zwei Schlagen der Argumente hinzufügen. Ja, aber gleich einen Kroganer drauf loslassen. Why not? Hm? Why not? Es ist immer wieder witzig, Kroganer bei der Arbeit zuzusehen. Hm. Hm. What's happening? Hm. Könnte jetzt ein komplett konvenienter Angriff kommen? Nein. Wie kommst du darauf? Nur so. Oh. Jetzt witzige, ich habe heute echt Verzögerung drin. Nein, ich weiß nicht, was los ist. Ja, geht. Ja. Ja. Hey, den kennen wir doch. Ja. Irgendwoher kennen wir den. Ich weiß nicht, wer. Der Spruch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja. Ah. Er ist der Arsch. Guter Mann. Guter Mann. Sie haben ihr Bestes getan. Mhm. Sie haben ihr Bestes getan. Mhm. Ihr habt ihr in der Chatze. Ja. Ja. Ah. Super. Das ist auch mal freundliches Hallo. Ja. Bist du sie? in Höhe Erdner Reckx und I are here to take you home Sie sind jetzt auch nur ein Kroganer oder? Na zumindest tragt sie eine Zodik auf, das ist die letzte Hoffnung, das für die das Universum ist, ne? Ja, das wäre auf jeden Fall Ich bin für das Ich habe einen Kroganer, der beim Shuttle dezent aufraged äh, einen Menschen, der zu viel Muskeln hat und Geras Oh, welchen Mensch meinst du jetzt? Ach so, ich hab gedacht, du meinst Shepard Nee, Shepard ist nicht das Problem, aber die Gath-Waffen Es ist Rex, ich habe den Kroganer in die Basis Nice Rex gibt den Toner Er ist der coolste Mann Aber er hat bitte gesagt Ja Ja Ah, man kann mal reinbuttern Jawohl Den fahren wir mal, 6 Vorbild sagen, wir sind morgens offen oder was? Ja, so gut gemacht. Ich muss sagen, ich habe damals, weil ich den Kanton mehr wechseln. Ja, er ist komplett unnötig. Das ist ein Storyerzählelement jetzt, ne? Ja. Ausgedehnt zu, was nicht, einer Stunde Spielzeit. Ja, das ist ne Bombe. Wer so lange braucht. Ja. Ich nicht. Trololo. 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 So, Notausgang. Nice, ne Leiter. Ach, kannst du da nicht mal aufräumen? Hm, nein. Dann, äh, schämt dich. Eventuell. Ich hab das Shuttle genommen, auf den Piloten zu wirken. So ungefähr, ja. Hey, aus dem Nichts. Sag mal, da waren doch, waren doch Verbündete, ne? Ja. Und warum, warum kriegen wir jetzt ein Tutorial für Waffenzielen? Weil wir das, weil wir das nicht können. Verstehe, ja, wofür, bei der Waffen? Eben. Du nebelst einfach mal quer drauf. Ah, schöne Tiere. Moment, die kennen wir ja irgendwoher. Ah, doch keine ausgestorbene Spezies. Wo war das nochmal? Das war der, äh, Shadow Broker. Ja, stimmt, ja. Dieser Spezies war, war der Shadow Broker. Und der hat doch gesagt, er ist das allerletzte Exemplar. Na, die Liara hat gesagt, dass er das letzte Exemplar ist. Motherfucker. Das letzte in die Legende. Stimmt. Warte mal, Forschungslock. Ah. 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 Ja, Gareth weiß, wovon er spricht. Na, ich sag ja mal so, es ging um Penis im Allgemeinen. Ja, aber. Ah. Ja, Gareth weiß, wovon er spricht. Ah, da ist er ja. Hau doch mal ab. Und da ist der nächste Shadow Broker. Hä? Das war jetzt aber, äh, schöne, äh, schöne Anspielung auf das DLC, ne? Ah, so schön. Ah, der war echt gut jetzt. Ich könnte es werden, dass er das so nie gemolnt hat. Das war schon gut jetzt, äh. Hm, convenient. So. Das klang jetzt gerade eben leicht, gay. Entschuldigung. Ah, wo ist er? Der ist tot. Warte mal. Das fällt mir auf, ich mach mir noch viel zu wenig Schaden. Das fällt mir auf, ich mach mir noch viel zu wenig Schaden. Ernsthaft? Das kann doch nicht sein. Das geht doch nicht an, Mann. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das geht doch. Ey, ich muss mir die Waffe ja einen Riegel verschieben, oder? Ja. Absolut. So, dann drücken wir da aufs Knöpfchen, ne? Piep, piep! Oh, jetzt hat er etwas traurig gemacht, der Morin. Schon wieder. Oh. Oh, den ist schade. Was ist das denn, Scheiß? Wir brauchen die Groganer. Das Problem ist... Oh, Scheiß, Shepard-Frage. Das hat dann wer geräumt. Hahaha, Alter. Groganer braucht einfach eine Zeit lang, um einen Fehler zu machen. Das ist anders, okay. Bist du, der Butter Rex gibt sich erst volles Programm? Dezent. Ja, das kommt eigentlich zum Schiff, oder? Eigentlich mit der Waffe... ...normalerweise schon. Ja. Entschuldigung. Die entfernte Systemat ist eigentlich jedes... ...Leben. Alter, das kannste nicht sein. Das kannste nicht sein. Die Waffe ist so stark. Die Waffe ist so stark wie die Black Vido. Auf einem Kopfschuss. Das ist komplett krank. Haben wir die nicht nochmal geboostet? Ja. Da hat's euch doch beschwert wegen dem Lauf, weil das so hässlich aussieht. Ja, ja. Schauen wir mal. Na gut, schauen wir mal im nächsten Teil, ne? Ja, wie es aussieht. Richtig. Bis dann, Leute. Servus. Ciao.